Willkommen zu einer Runde Survivor Games auf dem MCSK-Server. Wiederhunderten. Weil der ist wieder irgendwo außer hier. Hallo, da bin ich. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in die Mitte. Mal wieder. Mal gucken, was wir das nennen können, weil letzte Runde... Ja, gestern kam oder sowas, keine Ahnung. Ja, schon gut, es darf. Da gab es ja schon gutes Stuff, ne? So. Will ich den verfolgen? Ja, ich will den verfolgen. Denn ich will einen Kill machen. So, das ist mein Kill. Na, kommt so schönes Kill-Geräusch. Ja. Wir hatten... Gained... 39 Punkte. Eigentlich Points, aber... 39 Points, wie immer. Vielleicht noch ein Eisisch-Fett machen. Aber so Rüstungstechnisch steht es noch nicht so wirklich gut bei uns. Aber schon, schade. Wenn ich jetzt den Griff mal sehe, muss ich halt nur erst den Gurt abfressen, bevor ich in den Kampf gehe, damit ich... einen kleinen Vorteil habe, weil der wird bestimmt Rüstung haben. Den nächsten, den ich treffe. Hier ist der Holbe. Aber hier oben gab es doch irgendwie ganz gute Loot immer, oder? So. Hier langs vielleicht? Dann kriegt das zwar irgendwo hier drüben eine gute Loot, ne? Genau, hier war die gute Loot. Glaub ich. Nein, der war hier nicht. Wo war denn der? Ach, egal. Wir gehen da runter. Na, was? Wir gehen einfach mal hier runter. Da waren sie. Knöppchen. Au. Oh, geil. Zack. 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 Nice. So, bla, 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 bla. Hier ist das Bezeug. Ey, da habe ich einen Charme-Table gefunden. Schauen wir mal, da ist noch ein Crafting-Table. Kommen wir da ran. Da machen wir uns nämlich auch das hier. Äh, auf die Wand, ich sitze gerne. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal hier hoch. So. Kisten. Dann. Keine Kisten. Ja, okay. Ach so. Ah, Kisten. Da auch eine? Nein. Da ist eine Kiste. Zwei. Ich bin auch ganz gerne irgendwie so ein Bogen. Da hast du mich selbst angezündet. Auch noch fast. Oben? Nein. Bogen? Nein. Bogen? Auch nicht. Ey, das ist schon ein ganz schönes Bier war hier. Ja, vier Spieler. Versuche mal wieder rauszukommen. Hm, hier genau. Mein Cookie. Cookie, Cookie, Cookie. Cookie, Cookie. Ich habe einen Cookie. Zumindest zwei, jetzt habe ich noch einen Cookie. Jetzt muss ich mal Stairs. Okay, nein, das ist jetzt mal so ein komischer Thronsaal. Come on. Waren der gute Loot hier nochmal. Ich glaube, irgendwo da hinten kann es sein. Gut, wir haben noch Fallschaden. Ich kann gleich Cold App essen, um mich zu verhungern, ne? Obwohl, da ist ja noch ein bisschen was drin. Ja, hier war das gute Zeug, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, hier war es. Ich hoffe mal, es wurde jetzt noch nicht geöffnet. Scheiße, es wurde schon geöffnet. So, das ist noch einer. Ich versuche mal gerade hier hochzukommen. Die Hoffnung, dass er hier noch nicht abgelüftet hat, alles. Ja. Das war gut. Das da. Wo ist er da nicht gehabt? Verdammt, naja, geil. Aber er hat einen Bogen gehabt. Nice one. Okay. Jetzt haben wir noch bis zum DM. Aber ich würde gerne nochmal hochklettern. Weil ich weiß nicht, ob die Kiste auf diesem Ballon da ist, ja auch noch einer. Ich hatte die schon geholt, aber ich wollte es halt nochmal probieren, ob die vielleicht noch da ist, wenn ich den hochkomme. Wie komme ich denn nochmal da hoch? Ich bekomme mich jetzt halt hier so durch. Aber ich glaube, das ist der vollgesehene Weg in den Hallen. Wo kann man denn hier hoch? Man kann doch... Man konnte mal unten reingehen. Man konnte unten reingehen. Das ist schon mal der Goldapfel. Ja, er hat das schon alles gelotet. Hat er schon, roter schon, roter schon. Und damit würde ich es sagen. Ich weiß nicht, wie in dieser Runde war, aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.